Eine wunderschöne, lieben Leute, eine weitere Empfehlung, Black Lava mit Northern Dawn, wir hören mal rein, let's go, ich kenne die Bank überhaupt nicht. Boah, die Dudes sehen richtig oldschool aus, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt fängen wir doch mal recht mit. Ja, die Ballern aber gut rein von Anfang an, schön. Ja, die Dudes sehen, dass wir auch noch so. Oh, 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 oh. Soll es ein bisschen was von Motorhead auf X-C, irgendwie. Oh, 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 oh. Alter, was blaset mich? Jesus Christ. Gib uns, let's go. Hey, ich finde es gut, ich finde es spannend, was es übergehen wird. Und womit wirst du uns verbinden? Natürlich Blastbeats, let's go! Auch wieder wundervoll zu Netbang alles, sehr geil. Ja, das ist wirklich schön, eine Mucke zum Netbang. Alle schon mitmachen, wenn ihr nicht schon dabei seid, gibt's die Chance. Ich merke langsam, dass ich irgendwie im Training bin, seitdem ich die Videos mache. Also hier so Nackenmuskulaturnöse. Ist das etwa ein Bild ab? Kann ich mir die Augen vorstellen? Oh Gott! Ah, Jesus! Okay, Leute, jetzt aber los! Go, go, go! Okay, na, wir lassen sich hier aber Zeit, ne? Ja, 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 ja! Das war doch mal krass in dem Song, ey, Alter! Jo, das war ziemlich schick, schönes Geballer, mag ich sehr, mag ich sehr, ähm, ich persönlich hab's ja dann auch gerne so ein bisschen rhythmischer und auch arrhythmischer, also mit so Rhythmuswechseln drin und so, aber das war sehr schön, das war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Und in dem Sinne würde ich mich verabschieden und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video, macht's gut, ciao!